das ist ein Boss aus in den was muss ich noch mal auf Nahkampf wechseln hier ähm, hier lang? ja immer wieder Rinder in Semit was kann man denn? grüße steig aber okay kann man nichts machen wie es ausschaut ach so der Torbottier wird hier hochgehalten, ok gut 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 mhm war ja klar fast so und wir versuchen mal ein bisschen Kräuter hier Kräuter-Ding, ach dann wird das auch verschillt so dann haben wir das, dann haben wir die Königs-Lotus, ok dann mal hier hoch und wir holen es mal schön mhm was schaut der hier? schau dir großartig aussieht ja, großartig mir mal du hast jetzt über die Mauer hier, aber die liegt am recht davon ist auch nicht soviel zu sehen, oder? ah, ist was für dich, also, ist okay bestes Wetter vielleicht bisschen mehr Sonnenschein ein Drachen, der ein bisschen freundlicher ist wenn die so ein bisschen angepisst aber naja, wird das gemacht aber äh, schon kommt die Tür oder kann man nicht durch? ok na hallo da gibt's doch du Arschloch du Arschloch du Arschloch äh ich kann mir noch mit einem Sinn, darf ich hier lange noch um und da hat woher für angebungen die hier umgekehrt okay nur noch mit dem akutem oder die neue und auch noch in gedanken geblieben das war nicht laut wenn ich das war oder nicht vielleicht nur auf meine Ohren Sack! Dort ist gehen und aufgehen und wie würde es gehen? Auf Wiedersehen! Boah, warte mal so ein bisschen zu überlegen es gab noch wie war denn mit dem Boss? von einem drausspringen ging glaube ich hier noch nicht die ging erst im nächsten Teil also äh, nicht im nächsten Teil, sondern Dark Souls ne, doch Dark Souls ich glaube ich konnte nicht entsinnen wie hat sie gesagt ich habe doch noch nicht mehr so zu über Okay, nochmal B-mail, das habe ich schon, das habe ich schon. Ich muss überlegen, gab es Heilung für Dinge in Verbummens? Ne, 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 ne... Irgendwo, ich hätte noch behalten, klar. Ich mache noch ein Stück zurück, jetzt, weil es eine gelbe Fälle gibt, auf Versehen. Du, 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 du... Stilt dp, stilt dp aus... Stilt dp... Stilt dp... Stilt dp... Ja, also, du wirst so viel, wenn ich so viel habe. So... Ich kann mal gar nicht rüber machen, ne? Uuuuuh... Rot rüber... Ich kann auch gar nicht rüber suchen... Nein! Okay, gut, dann machen wir halt mit dem Mana mal auf... und starten... und starten... Hm... Helle ohne Butter! Hm... Hm... er hat den Schild er hat auch irgendwie zum Stamper noch der richtig wegdummt ich kenne ihn auch gut große Mengen, das fendt auch anders als ich dachte ich kenne ihn dann wohl so oft Was ist der Koffi? Neh. Okay. Vai attack mir da, Koffi. Okay. Okay. Ja, da war ja. Okay. 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 Ich benutze meine Mana. Okay. 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 Was ist das? Oh, ich hab noch nicht! Ich hab noch nicht! Du bist, du bist, du bist! Oh ja. Da kriegst du da rein, oder? Das war knapp. Die sind zu knapp. Halten wir uns halt mal hoch. Ach, Mensch, hast du auch noch was liegen lassen. Ach, ja auch. Okay. Ich steu. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ah, nicht spannend, aber dennoch nervig. 8570 EP? EP, ne, erzählen. Versuchen. Und damit haben wir ihn. Das war aber der zweite Boss. Okay, das ging bisschen schnell, endlich. Hm. Das sind die Mohnensee, genau. Okay. Da kommen wir so erstmal nicht durch. Ich muss sagen, ich gehe jetzt erstmal direkt zurück und... Ich habe damit... Ich habe mich schon erreicht, was mich ein bisschen wundert jetzt, weil es sind nicht mal... Es ist halb vergangen, aber nicht so viel wie erwartet. Okay. Ihr habt eine Dämonenseele gefunden, nicht wahr? Ja. Arschloch. Und schon bald werdet ihr selbst ein Monster sein. Seht ihr nicht, dass ihr in ihre Falle getappt seid? Arschloch. Dann berührt den Dämon in ihr. Okay. 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 Dämonentötern, die ihr gefangen sind. Okay. Seid. Möge eure Stärke die... Ja, weil es ging. Ich verzeihe, bei mir habt ihr nochmal... Okay. Also wollen wir den Carbon machen, woher... Waffe aufwerten... Ich habe keine gute Waffe dafür, oder? Kommen Sie mir... Kommen Sie mir geht... Okay. Oh. Sorry. Kommen Sie, Bogen. spieler. Mal gucken, ob es hier ist. Das ist nicht. Ich will den Dämonen nicht verabreden. Sie ja nicht verabreden. Ich will da den Dämonen nicht verabreden. Säbe und ich habe dann auch einen Dämonen nicht verabreden. Habt ihr meinen fleischlichen Leib gesehen? Ist mein Körper verrottet? Wo soll ich den gesehen haben? Hm? Vor der Plage war Volatari ein großes Königreich. Der König, seine Ritter und Untertanen waren bescheiden und schlicht, doch auch beständig und mitfühlt. Ich habe viel Zeit in den kultivierten Ländern des Südens verbracht, doch keinem Land gehört mein Herz so wie Boletaria. Doch was ist aus uns geworden? Ich will nicht glauben, dass dies Vaters Wunsch für unser Land war. Okay. Fällt mir also auf, dass die Musik gerade sehr zum Gespräch gepasst hat? Ich hoffe nicht. Warte mal, vielleicht kann hier kein Uwe mehr und Oma helfen. Hm, warte mal, ich muss hier nicht laufen. Auf jeden Fall weiter hier entlang? Ja. Weiter hier entlang. So. Und dann. Hier lang. Ähm, 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 da lang. Und da war ein Stock weg und dann... Ach ne, hier. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Für euch selbst. Und auch für uns. Okay. Okay. Ähm. Irgendwas. Am Mund. Puzzle. Keine Ahnung. Ich bin eckert. Okay, also äh, er hat mir gesagt, äh, hat nichts zu sagen. Schade. Okay. So, jetzt haben wir einen Bogen und ein paar Schuss immerhin schon mal. Aber so Bogen, ach so. Komm mal. Rechte Hand. Die linke Hand eher Magie. Warte mal. Kann ich ja eigentlich Komposierpunkt hier machen. In der linken Hand. Und Holz... Den Holzstock, genau. Kann ich hier auch wechseln, wenn ich will. Okay, dann kann ich auch genauso schießen. Okay, cool. Und rechts kann ich dann einfach hier mit feinem Bogen zack rum, bumm aus dem Haus so. Ich denke, es ist nahe Kampf, zauber und fernkampf. Okay, ich bin komplett ausgerüstet. Läuft! Uuuuh. Gut, hier gibt es noch den Ritter, den zu machen hätte. Doch, hier gibt es noch den Ritter, den zu machen hätte. Okay, am Anfang bleiben also. Ich mach kurz den Fettlerweg. Ich kann gleich mal ein bisschen ihm mit links und so. So. Wuppa, super. Na, du, 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 du. Ich bin nicht so cool, Junge, nicht so cool. Okay. Und die zwei? Hier war keiner, ne? Nee, hier war keiner. Okay. Okay, da kriegst du mal zwei, hätte man ihn schon mal down.